Deutsch-Test für Zuwanderer Fürstschatz-Training Thema Wohnen Substantive Der Altbau Das Bad Der Bewohner Das Dachgeschoss Das Erdgeschoss Der Pfarrer Die Gegend Das Grundstück Das Haus Der Haus Halt Der Haus Meister Die Haus Verwaltung Die Kalt-Mite Die Van-Mite Die Kaution Die Küche Die Lage Der Makler Der Mite Der Nachbar Die Nebenkosten Das Obergeschoss Die Provision Der Quadratmeter Das Schlafzimmer Der 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 Vermitte, Der Vestrag, Der Forgot, Der Veshekela, Das Wohnung samt, Das Wongeld, Die Wohnung, Das Wongzima. Werben, Kündigen, Leben, Mieten, Renovieren, Umziehen, Vermieten, Wohnen. Wendungen Die Miete für unsere Wohnung ist nicht günstig. Die Miete für unsere Wohnung ist günstig. Unsere Wohnung hat drei Zimmer mit etwa 75 Quadratmetern. Wir wohnen in ruhiger Lage. Wir haben einen Zeitmietevertrag. Wir leben in der Stadt. Wir wohnen in der Stadt. Wir leben auf dem Land. Wir wohnen auf dem Land. Wir haben drei Monate Kündigungsfrist. Unser Mietvertrag verbietet Haustier. Ist die Wohnung in einem Neunfamilienhaus? Habt ihr die Wohnung über einen Makler gefunden? Wenn du eine Wohnung suchst, liest noch die Wohnungsanzeigen. Wie hoch sind die Nebenkosten? Wir wohnen in der Stadt. Wir holen in der Stadt. Wie hoch sind die Wohnung. Wir sind in der Stadt. Vielen Dank.